Ich bin der Michael, ich bin 830 Jahre alt und ich suche eine Freundin, die mich ganz doll lieb hat. Ich bin schon lange im Kammokor, weil ich gut die Becken spielen kann und ruhigendurch auch mal die dirigieren kann. Ich koche Lebergis und Biketellen und Nudeln, Kartoffeln. Die Frau soll ganz lieb zu mir sein, ganz nett. Sie muss auch sehr lieb zu mir sein. Die soll blonde Haare haben, die ist meine Traumfrau und die möchte ich haben und mit dir auch mal heiraten. Man kann abends auch mal passieren gehen, zusammen in die Badefanne reinlegen oder unter die Dusche so weit. Ja, ich finde sie schön. Man gegenseitig sich nicht bedrüht, sondern ganz doll lieb halten, den Arm nehmen, küchen. Wenn du mich hier hörst, dass ich dir gefallen soll, schreib mir unter dieser E-Mail-Adresse.